Hallo und herzlich willkommen. Heute soll es gehen um die Aktie Geely und ich weiß bei Geely gar nicht, wo ich richtig anfangen soll. Das Motto lautet nach wie vor Mission Millionär. Die Millionäre von morgen war die Mittelschicht von gestern. Arbeite hart, investiere smart. Bei Geely verfolge ich schon eine ganze Weile und es ist ein hochinteressantes Papier. Wie immer gehe ich auf einen 3-Jahres-Chart zurück, beziehungsweise 5-Jahres-Chart, denn diese kurzfristigen Angelegenheiten sagt eigentlich relativ wenig aus in den meisten Fällen. Es sei denn, du willst irgendwelche kurzfristigen Swing-Rates machen, aber das mache ich nur äußerst selten. Und hier geht es hauptsächlich um eher langfristige, fundamentale Investmententscheidungen auf meinem Kanal. Und wir wollen ja letztendlich smart investieren. Wenn wir uns mal Geely anschauen, also hier gibt es so viele Neuigkeiten. Hier sind ja bereits vor einiger Zeit Goldman Sachs eingestiegen mit über 330 Millionen US-Dollar. Geely baut an Akkus, die 30% leistungsfähiger sind als der Rest vom Markt. Wir wissen, die komplette Elektromobilität steht und fällt mit der Leistungsfähigkeit der Akkus. Hier gibt es die Übernahme von, wie ihr wahrscheinlich eh schon alle wisst, wenn ihr schon mal was von Geely gehört habt oder euch da schon mal befasst habt, die haben ja Volvo übernommen, ja, schon vor einiger Zeit. Ja, Volvo, richtig gehört. Die Familienkutsche aus Skandinavien haben die einfach mal so einkassiert, übernommen. Dann sind sie, glaube ich, mit 8 bis 10 Milliarden, ich weiß, die aktuelle Zahlen nicht hundertprozentig, aber da gibt es auch verschiedene Meinungen dazu, sind die mit 8 bis 10 Milliarden, ja, man glaubt es kaum, halt dich fest, in Daimler-Benz investiert. Ja, die haben richtig fett Anteile gekauft von Daimler-Benz, ja, haben da entsprechend auch ein bisschen was mitzusprechen. Die arbeiten mit einer Firma wie Swatch zusammen im Bereich Performance-Optimierung, Elektromobilität, also ganz, ganz viele Geschichten. Und wenn wir uns jetzt mal den Chart anschauen, weil das ist ja letztendlich das Entscheidende, sei die Firma noch so groß, noch so erfolgreich, was bedeutet es für uns als potenzielle Anleger, hier mit einzusteigen und wann wäre hier ein günstiger Zeitpunkt? Hier sehen wir einfach, dass die Aktie hier schon mal relativ gut gehypt war und dann letztendlich leider 2018 ein bisschen abgesackt ist. Das hatte unterschiedliche Gründe, auf jeden Fall wurde auch hier in der 22% Korrektur im Dezember 2018 diese Aktie nicht verschont, hat sich aber relativ gut wiederholt diesen Jahres, so sagen wir mal so im Mai, April, Mai und ist dann wieder abgesackt und wieder rauf. Also ich würde mal sagen, dass wir hier, wenn wir hier mal einen Strich ziehen, sagen wir mal so bei dieser Marke hier von 1,1 Euro bis 1,30 Euro ungefähr, diese Range, das wird auch hier von einem relativ soliden Widerstand, was nach unten hin betrifft, ausgehen können. Also das ist mal rein charttechnisch, wir sehen hier immerhin den 5-Jahres-Chart, also das ist ja keine kurzfristige Chartangelegenheit, die wir hier gerade betrachten. Und mal ganz ehrlich gesagt, also wenn wir mal rückwirkend auf 5 Jahre sehen und dann sozusagen uns bei dieser Aktie mal angenommen auf 5 Jahre vorwärtsgerichtet festlegen wollen, oder zumindest mal eine Idee uns erarbeiten wollen, dann ist es eigentlich schon, würde ich mal sagen, relativ vernünftig, besonders in diesem doch noch recht neuen und hyperaktiven Marktumfeld, ja, wo wir natürlich nicht genau wissen können, wo jetzt ganz genau die Elektromobilität und welche Firmen was machen in, sagen wir mal, 10 Jahren, ja. Also das ist nochmal ein ganz anderes Feld, als wir jetzt zum Beispiel, ja, irgendeine Ölaktie, die ich ja gestern vorgestellt habe, wie zum Beispiel die Schlumberger, ja, also die irgendwie seit 300 Jahren Ausrüstung herstellen, ja, für Ölförderung oder sowas, ja. Also wir sind hier in einem sehr frischen, neuen, jungen Markt, wo auch dann entsprechend natürlich die Ausschläge und die Volatilität natürlich etwas höher ist. Aber jetzt möchte ich mal ganz kurz hier, abgesehen, jetzt kommen wir mal ganz kurz zurück auf 10 Jahre. Und hier sehen wir also, dass es die Aktie schon ein bisschen länger gibt, also seit 2010. Und, ähm, geht schaden, also als solches eigentlich gar nicht so schlecht aussieht, beziehungsweise wenn man hier also punktuell, da sagen wir mal zum Beispiel auch in einem Sparplan, einem monatlichen Sparplan, hier diese, diese Aktie besparen wollen würde, ja, wäre eventuell, äh, das jetzt, äh, doch ein recht vernünftiger, ähm, Zeitpunkt, ähm, ja, das lasse ich einfach mal so stehen. Das andere, was ich jetzt noch ganz kurz mit euch besprechen wollte, einfach, ähm, sind die, äh, wie immer, die ein paar Kennzahlen hier. Und hier sehen wir, tja, äh, äh, doch sehr überraschend, ähm, aufgrund, also KGV 14, das sehe ich, das würde ich mal einfach so als, äh, ähm, recht positiv stehen lassen. Das andere ist, die Dividende von 1,52 Prozent bei so einem jungen Unternehmen, also, da muss ich schon mal sagen, okay, jetzt haben wir einfach schon mal die, sozusagen die offizielle, ähm, Inflation haben wir da schon mal raus, ja, äh, oder zumindest teilweise, allein schon über die Dividende. Also, welche Aktie da draußen gibt es momentan in so einem frischen, äh, neuen Markt wie Elektromobilität, äh, oder, oder, ja, wo halt andere Player auch mit, äh, mitspielen, ja, jetzt zum Beispiel Tesla und so weiter, ähm, und, äh, die doch eine, also eine 1,52, äh, 2, äh, prozentige Dividende ausschütten. Also, da, die sind wirklich dünn gesät, also, das ist mal positiv zu sehen. Ich sollte einfach nochmal kurz, so viel bezüglich der, der Kennzahlen, ähm, hier nochmal, ähm, kurz, ähm, ja, hinzufügen, ja. Ähm, so, von der Performance her, ähm, sehen wir hier natürlich, ja, wie gesagt, auf die letzten 5 Jahre haben wir 454% gemacht, ähm, und Kursziel der meisten Analysten und Banken und so weiter ist wesentlich höher, als wie diese 3 Euro, die wir hatten, ja, oder 2, 2,5 Euro, oder was das war. Okay, ähm, das soll jetzt gewesen sein, soweit so gut, falls ihr die Aktie irgendwie euch dazu entscheiden solltet, die zu kaufen, die ist natürlich, wird natürlich, äh, aufgrund, dass es, äh, eine chinesische Aktie ist, letztendlich in Hongkong, kann man die halt in der Hongkonger Börse, also, je nachdem welchen Broker du hast, ne, musst du da eben auch ein bisschen höhere Gebühr zahlen, also für 50 Cent kannst du dir leider nicht kaufen, äh, bei die Giro auch nicht, ja, da musst du dir, glaube ich, dann schon 5 Euro hinlegen, ja, aber was natürlich, äh, bei manchen, ähm, Brokern, da geht, äh, sozusagen die, die Kaufgebühr ist bei 5 Euro los, ja, oder bei 9 Euro, also von daher, äh, such dir einfach einen vernünftigen Broker aus, und dann, äh, kommst du auch da mit den Gebühren klar, ähm, oder eben such dir einen Broker aus, wo du Sparpläne machen kannst, die letztendlich auch gebührenfrei sind, ne, gibt's nämlich mittlerweile auch schon sehr nette. Ähm, wenn du über Fragen gehst zum Thema Broker, kannst du gerne in die Kommentare hauen, dann, dann werde ich da nochmal drauf antworten, ich hab da mir nochmal ein paar neue Broker auch angeschaut, wie zum Beispiel Direct Republic und so weiter, ansonsten würde ich sie erstmal dabei belassen, äh, ich denke, es ist ein hochinteressantes Papier, das auch häufig, ähm, sozusagen auch immer wieder in den Medien auftaucht, äh, äh, weil sie auch teilweise sehr innovativ sind und sehr viele unterschiedliche Sachen machen, ähm, und natürlich aus China kommt, ja, darf man nicht vergessen, dass man da natürlich auch vielleicht nicht die Transparenz hat, wie jetzt, äh, bei, äh, einem anderen, äh, westlichen Unternehmen, ja, aber, ähm, man muss, man muss auch hier wirklich mal schauen, äh, die haben teilweise so große Anteile in westlichen Unternehmen, wie zum Beispiel Daimler-Benz, ja, ähm, ähm, also wenn du jetzt zum Beispiel dir nicht ganz sicher bist, ähm, immer angenommen, du, du möchtest jetzt irgendwie in deutsche Aktien investieren, bist du nicht ganz sicher, ne, ähm, dann, äh, die Information, die dir häufig fehlt, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, ja, äh, wer denn alles in, äh, also großanteilig in den deutschen Aktien schon investiert ist, ja, die wenigsten deutschen Aktien, die hier sozusagen sogenannte DAX-Aktien sind, ja, wie zum Beispiel Daimler-Benz, ähm, ähm, haben, also nicht, äh, mit ausländischen großen Investoren, die da schon längst, äh, mit ihren Fingern drin haben, sozusagen, Anführungsstriche, ja, im positiven Sinne, ähm, meine ich das jetzt halt auch, ja, und, ähm, du kannst sagen, okay, ähm, Daimler-Benz, das ist mir von der Chartentwicklung her ein bisschen zu negativ oder was, ja, 5% Dividende, okay, ähm, aber ich möchte es gerne ein bisschen innovativer, ja, dann, ähm, kannst du dich vielleicht auch, also dann kannst du dir auch überlegen, okay, so eine Aktie wie die Geely, ja, weil letztendlich kaufst du da die Daimler-Benz ja zum, zum gewissen Anteil gleich mit, ja, also solche Gedankengänge, die jetzt sich viele, äh, sozusagen, äh, normalerweise vielleicht, äh, gar nicht machen, ähm, die mache ich mir doch häufig eigentlich schon mal, wie sind die eigentlich die zusammen im Hintergrund, ja, welche Firma mit welcher Firma, äh, hängt zusammen, äh, wo es welche Firma, äh, in welche anderen Firmen ist, ist, sind die investiert, ja, äh, wie richten die sich aus, wie nummerativ sind die, wie schnell, ja, ja, und, äh, du kannst dir eins vorstellen, wo wir quasi in Europa, ja, ja, über, mit, mit unseren, mit dieser, unsere Überregulierung, ja, also bis wir da mal sozusagen Fahrt aufnehmen, ja, da hat natürlich eine Geely in, in China basiert, ja, ähm, diese Probleme nicht, ja, also die sind natürlich, äh, massivst unterreguliert, äh, diesbezüglich, ja, also wenn die, äh, was Neues testen wollen, was Neues ausprobieren wollen, dann machen die das einfach, ja, und dann überlegen sie sich erst, okay, ähm, war das jetzt gut für die, für die Umwelt, oder was weiß ich, ja, oder war das jetzt, ja, also das ist mal überspitzt gesagt. Also das wollte ich nochmal kurz hinzufügen, die 10 Minuten sind um, dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Investieren, und vielleicht habe ich dir einen Gedankenanstoß gegeben, wenn du die Geely überhaupt noch gar nicht konntest, ja, oder wenn du die Geely schon ein Fan bist von der oder so, dann kannst du mir gerne in die Kommentare hören, wie viel du da schon investiert bist, und was du damit meinst, ich denke, ist eine sehr interessante Aktie. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein, und tschüss.